Hallo, Sanna hier. Heute, ich dachte, ich mache dieses Video auch auf Deutsch, was ich sehr selten mache, aber jetzt dadurch, dass ich dieses Tonic Craft Kit, diesen monatlichen Papier- und Bastel-Kit von Tonic Studios erhalten habe. Da habe ich gedacht, ich zeige euch auch mal, was da drinnen ist. Also dieses Kit gibt es monatlich, man kann es bestellen, man kann entweder eine einmalige Bestellung machen, dann kostet es 35 Pfund pro Kit und da kommen 2 Pfund Versand dazu. Oder man meldet sich für eine monatliche Kit an, dann bekommt man eben jeden Monat einen Kit und das kostet dann auch 35 Pfund, aber der Versand ist dann kostenlos. Und man kann auch eine vierteljährliche Kit-Bestellung betätigen und dann kostet der Kit 90 Pfund für diese Zeit und ist auch versandkostenfrei. Wenn ich das jetzt so schnell von der Webseite runterlese, ich habe mich auch zuerst erkundigen müssen, worum es hier überhaupt geht. Also Tonic Studios ist wahrscheinlich für viele Leute ein Begriff. Die haben jetzt seit neuestem auch diese Bastel-Kits, Papier-Bastel-Sets, die man sich bestellen kann. Und das hier ist der Kit Nummer 6, das ist für Februar. Und der Kit kommt in so einem Schachtel. Ich habe das Video vorher auf Englisch gemacht, deswegen ist es schon geöffnet worden. Weil ich dachte habe, ich mache das jetzt auf Englisch, auf Finnisch und auf Deutsch. Dann haben wir alle Varianten für die Leute, die sich dafür interessieren. Und es kam heute mit der Post, also mit DPD und wird so geliefert. Und was es beinhaltet, zeige ich euch jetzt. Also es kommt mit einer Auflistung der Produkte, die sich drinnen in dem Kit befinden. Dann gibt es einen Link für die Webseite, wo man auch Inspirationen holen kann. Das heißt anscheinend gibt es hier auch Anleitungen, die werde ich mir anschauen. Und da wird erzählt, was in diesem Kit eben drinnen ist. Und dann, wenn man Werke und Projekte macht, sollte man diese Hashtags verwenden, um die dann mit anderen Leuten auch zu teilen. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch einmal, was da überhaupt drinnen ist in diesem Kit. Also, eine, wie heißen diese, 3D-Foam-Schaumgummi-Kleber. Also dimensionale Kleberparts kommen dabei. Ich habe schon so lange keine Videos auf Deutsch gemacht, also auf einmal fallen mir die Wörter nicht mehr ein. Dann ist da drinnen ein, das kann man auch so in einem Ordner übrigens dann aufbewahren, da steht dann auch, von welchem Kit diese Stanzen sind. Also es gibt ein Set mit Schmetterlingsstanzen, da gibt es einen ganz großen und da muss ich mal zuerst herausfinden, wie das funktioniert. Ich glaube, das ist zum Falten. Dann gibt es vier kleine Schmetterlingsstanzen und dazu die koordinierenden, passenden Stempel. Und die kann man dann so schön hier aufbewahren, was ich sehr praktisch finde. Vor allem, da steht dann auch, von welchem Hersteller das ist, also von wem diese Produkte sind, dann merkt man sich das leichter manchmal. Wenn man viele Produkte hat, kommt man sonst vielleicht durcheinander. Dann, was ich auch sehr spannend finde, ich habe Glitzerstifte bekommen. Dieser Set heißt Northern Lights, also Nordlichter. Und die sind auf Wasserbasis, diese Stifte. Ich habe noch nie mit solchen Stiften gearbeitet, also das wird auf jeden Fall spannend. Da ist ein Ton in Rosa, in Grün und in Lila dabei. Dann gibt es eingepackt in so ein Kuvert, gut geschützt, sind Papiere, also die für diesen Monat gedacht sind. Da ist ein glitzerndes Papier mit einer gemusterten Oberfläche, geprägten Oberfläche. Dann ein leicht schimmerndes, das ist irgendwas zwischen dunkelblau und dunkellila vom Ton her. Ich würde mal sagen, das ist so. Ist nicht ganz nur blau, am Video schaut das vielleicht eher blau aus. Auch eine schimmernde Farbe, sehr schön. Dann drei Papiere, die auch wieder geprägt sind. Das finde ich besonders schön. Hat so ein Blumenmuster drauf. Dann eins in hellgrün, wirklich auch sehr schönes Muster drauf. Ist einseitig, manche sind doppelseitig. Okay, die Cardstocks sind doppelseitig. Und dieses Papier ist auch doppelseitig. Auf der einen Seite ist es schwarz, auf der anderen Seite bläulich. Aber diese zwei Papiere zum Beispiel, wiederum sind nur einseitig. Und der auch. Da sind auch schöne Blumenmuster drauf. Und es hat so einen schimmelnden Ton. Dann gibt es Cardstock. Zwei in Türkis und einmal in so einem sehr schönen Blauton. Wirklich schöne Farben. Alle passen sehr gut zusammen. Also wenn man das so nebeneinander hinlegt. Sehr gut koordinierende Papiere sind dabei. Dann ein ganz ein lieben Sticker. Mit ganz vielen Schmetterlingen. Vielleicht kann man daraus auch was machen. Dann finde ich die absolut süß. Also das sind so Mini-Fläschchen. Das sind die Jewel Drops. Ich weiß nicht, wie man die auf Deutsch nennen könnte. Und das sind die Glitzer-Pünktchen. Sagen wir mal Pünktchen jetzt dazu. Also das sind die Glitter Drops und das sind die Jewel Drops. Und sind beide in sehr schönen Blautönen. Passend zu den Farben von den Papieren. Und was absolut cool ist, ist da von Nouveau feines Glitzer. So wie ich das sehe, ist das ziemlich fein. Vier verschiedene Töne. Türkis, grünlich, lila, also ein dunkles Lila und einmal in Aqua-Farben. Also so ein helles, schönes Blau. Wirklich wunderschön. Das ist alles dabei. Und jetzt geht es dann ans Basteln. Ich werde dann jetzt erfreulicherweise Erke machen können mit dem neuen Kit. Und ich werde dann die wieder auf meinem YouTube-Kanal mit euch teilen und euch zeigen, was ich gemacht habe. Mehrere Informationen zu dem Kit füge ich dann zu dem Beschreibungsteil dieses Videos. Da findet ihr die ganzen zuständigen Links zu der Webseite und zu den Kits. Und ja, das wollte ich mit euch heute teilen. Jetzt geht es ans Basteln. Danke fürs Schauen. Tschüss.